Als erstes renne ich mal zu dem da hin, weil der geht mir ja richtig um den Sack. Dann reißen wir erstmal das Herz raus. So, jetzt ist es mal Ruhe. Da war noch so ein Viech. Da war irgendwie noch so ein Teil. Da ist er. Weiter geht's, weiter geht's. So. Verlass den Unterschlupf. Ich werde mich vorher nochmal eindecken mit Zeug hier. Ähm, mit Midi-Packs und so ein Kram. Mhm. Die nehmen wir noch mit. Wo sind denn die Midi-Packs, Alter? Wo sind die Midi-Packs? Da. Da sind die Midi-Packs. Achso, ich hab noch eins. Ich will den mal anwenden. Und dann noch eins mitnehmen. Oh, hier sind noch mal so eine. Das sind ja meine Lieblingsdinger. Was ist hier drin? Achso, wahrscheinlich ein paar Zombies. So ein paar Zombies. So, weiter geht's. Oh Gott, Alter. Oh. Oh, hier ist schon wieder so dunkel. Oh, ich weiß es. Das ist auch der Grund, warum ich kein Resident Evil spiele. Hey, alles klar bei mir. Und bei dir? Oh Gott, oh Gott, Alter. Hier geht's ja schwer ab. Warte mal, ich muss mir die andere Knarre nehmen, weil ich... Super. Ich hoffe, ich komme hier schnell wieder raus. Aus der Geschichte. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ich und Horror Games, ne? Das passt überhaupt nicht zusammen. Das Spiel ist Zombie Army 4 Dead War, der Nachfolger von Zombie Army, der Zombie Army Trilogie. Und ich spiele hier gerade eine DLC-Mission. Das ist PS4-Version. PS4-Version mit PS5-Patch. 60 FPS. So. Das Spiel gibt's aber auch für Xbox und PC. Oh Gott, wir sind wieder draußen. Ja, halleluja, ey. Oh, Sniper. Sniper, Sniper. Hab ich gehört? Wo sind sie? Oh, da hinten. Ja, moin, Alter. Die hocken wieder an den Bäumen, ey. Noch einer? Noch einer? Ne, ich glaub, das war's. Das Spiel ist, ähm, ich glaub, war das, war das, ist es aktuell im Plus drin? Ne, ich glaub, letzten Monat war's im Plus. Bin mir nicht sicher. Ähm. Also bis auf den DLC, aber das Spiel war im Plus drin. Oder ist noch im Plus drin. Bis nächsten Mittwoch. Aber ich hab's schon seit Release. Und da ist jetzt den DLC gratis, äh, gratis sag ich schon. Ja, genau, gratis DLC. Alles klar. Da ist den DLC günstig gehabt. Spiel ich den DLC jetzt weiter? Äh, bap, 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 bap. Oh, hier ist ne geile Kiste. Nehmen wir mal mit. Oh, ich hör's schon wieder schreien überall. Oh, die Creeper, Alter. Oh, die Creeper, die hasse ich. Da will ich lieber ein Ding, dass der vorbeikommt, anstatt so ein Creeper. Ach, du Scheiße, was ist Streaming. Ah, Bruder. Hau ab. Oh, der Typ. Ich glaub, der braucht sieben Hits, Alter, bis der, bis der, bis der down ist, ey. So. Ach so, die ist schon leer. Ja, da passt auch nicht viel rein, ne, in die Kiste. Das geht relativ schnell, da ist das Ding wieder leer, ey. So. So, 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 so. Okay, der... Ah. Ah. So, dodo. Jetzt muss ich mal gucken hier. Kann ich jetzt schon wieder weiter? Sucht euch einen Weg durch den Wald. Ja. Suche ich schon die ganze Zeit, ey. Ubi, dobi, dobi, do. Okay. Oh, hier gibt's nochmal Muni. Ich hätt' ja nur ein bisschen weitergehen müssen, ne. Und schon hätt' ich hier... Halten für Kiste öffnen. Ja, ich denke hier irgendwie. Ach so, ich hab ja... Oh Gott. Ich vergiss immer wieder, dass ich noch ein paar Handgranaten hab', die ich einsetzen könnte. Dup, 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 dup. Ähm. Okay, okay, okay. Okay. Okay, hier kommen wahrscheinlich gleich Viecher raus, oder? Ich schieß das mal kurz weg. Vielleicht gibt's ja da auch irgendwas für mich zum Sammeln. Obwohl ich die Sammelsachen natürlich nicht brauche, nehm' ich die natürlich aber mit, wenn's welche gibt. Hier ist gar nix drin. Aber vielleicht kommt ja noch was raus. Schauen wir mal. Ist hier auch noch so'n Ding? Ne, kann ich nicht wegschießen. Können wir da nochmal hoch? Ja. Oh, Creeper, 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 Creeper. Ähm, irgendwie sind hier relativ viele Viecher grad. Jetzt ist das schon wieder leer, die Kiste. Gut, dann probieren wir's mal so. Aber ich schmeiß mal da... Ich hab doch ne Granate. Ne Granate von Renate. Sterbt. Stirbt. Ne, wie darf man denn? Ich hau da nochmal ne Granate rein. Ich hab's ja. Alter, ist sie wieder runtergefallen? Ich dreh durch. Dann schmeiß ich noch eine rein. Jetzt bin ich dann... Ne, eine hab ich dann. Weg mit dir. So. Ja, manchmal ist man... Ist man in so'ner kleinen... In so'ner kleinen Falle. Da hinten gibt's noch Moni, wenn's ist. So, das sind die letzten. Jetzt sieht man's. Also die mit dem... Gelben Zeichen überm Kopf. Das bedeutet... Da kommt nix mehr. Woll. Wie die immer runterfallen, ist so geil. Komm. Okay, das war der Helm. Zack. So, Blutsiegel besiegt. Weiter geht's. Ich nehm mal gleich die Muni hier. Betretet die Kirche. Ja, das machen wir mal. Ich muss mal gucken, ob ich hier vielleicht nochmal ein Medi-Pack find oder so. Weil das wär ganz nice, weil ich bin ja schon wieder fast tot. Ich bin ja schon wieder fast... Interagieren. Mhm, mhm. Okay, ich hab hier grad interagiert. Ich renn trotzdem nochmal runter. Überlebt. Ja, danke für den Hinweis. Dass ich hier überleben soll. Oh, Creeper. Jetzt geht's wieder rund hier. Als... Als erstes... Renne ich mal zu dem da hin. Weil der geht mir ja richtig um den Sack. Dann reißen wir erstmal das Herz raus. So. Jetzt ist es mal Ruhe. Uiuiuiuiui. Da war noch so ein Viech. Da war irgendwie noch so ein... Ähm... Noch so ein Teil. Da ist er. So. Schön trainen die Viecher. Das ist ein, das ist ein, das ist ein, ähm... Das ist ein Charakter. Der ist im DL... Äh, im DLC. Ähm... Der ist im Season Pass drin. Der Zombie-Charakter. Und ich hab mir damals die Collector's Edition geholt. Und da war der von Anfang an dabei. Also nicht dieses Kostüm, aber ein anderes. Und, äh... Ja. Seitdem spiel ich mit dem. Der heißt Hector. Eki-Tor. So. Ich muss mal gucken. Sag mal, gibt's hier nicht irgendwo Muni? Hm. Komisch. Gut. Da sind sie. Ich hau jetzt mal was rein. Was Schönes. Auch unbedingt, ähm... Oh, scheiße. Ein Shadow-Viech. Schnell weg. Ah, Bruder. Da muss ich echt aufpassen. Auf dieses Shadow-Teil. Oh, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Du kriegst mich nicht. Äh, komm mal her, hier. Zack, 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 zack. So. Weg mit dir. Junge, da gehst du richtig ab. Hier ist jetzt grad richtig Halligalli. Bleib stehen. So, noch jemand ohne Fahrkarte. Also manchmal kommen ja auch richtig viele Viecher. Oh. Sag mal, hier war doch irgendwo. Hier war doch irgendwo. Munition, oder? Alles klar, bis dann. So. Also irgendwo war hier doch noch sicher... Warte mal, hier drin? Da war Muni. Dann kann ich die mal wegslashen hier, ey. Weg mit euch. Uff. Ah. So. Das sind die letzten Zombies. Und dann haben wir's. Wo kommen die alle mal her, ey? So. Blutsiegel besiegt. Nice. Betretet die Stadt. Ich hol mir nochmal Munition vorher. Bevor ich da irgendeine Stadt betrete. Die ich noch gar nicht kenne. Tap, 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 tap. Nee. Nicht geil. Hier, diesen geil. Okay. Okidoki. So. Und dann gucken wir mal. Okay, da kommen sie dann wahrscheinlich gleich wieder an. Warum sollte ich den Tankwagen jetzt zerstören? Weiß ich selber nicht, oder? Gut, gut, gut. Ist hier noch irgendwas? Nee. Okay, ich hau nochmal was rein. Warte, bis das Feuer ausgeht. Ja, ich... Mir bleibt ja auch was anderes gar nicht übrig, ne? Ich muss ja warten. Bis hier irgendwas ausgeht. Ob's jetzt gut für mich ausgeht? Werden wir dann schon sehen. Gut, und bis dahin müssen wir hier noch ein paar Zombies killen. Schön daneben geschossen, ey. Schön daneben. Okay, das Feuer wurde besiegt. Äh, besiegt. Ja, genau. Der Tankwagen ist weg. Weggeschmolzen. Ich mach die hier nochmal weg. So. Okay, da geht's nicht weiter. Ich hätte eigentlich gedacht, dass es da weiter geht, aber... War dann doch nicht so. Erkunde die Stadt. Okay, dann erkunden wir mal ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass hier auch die Horden-Maps dann sind. In der Map. Deaktiviere die Fallen. So. Erste Falle deaktiviert. Und dann gibt's noch eine zweite. Aber ich muss erstmal die Sniper irgendwie wegholen. Oh, guck mal hier. Direkt von meiner Nose, Alter. Da muss noch einer sein. Und dann muss hier noch irgendwo so ein Beschwörer sein. Ich hol mir erstmal die Sniper. Und grüne Viecher sind hier auch schon wieder. Aber das Gute ist, ich hab Granaten. So. Ich muss die grünen Viecher erstmal wegbekommen. Er wollte gerade spucken. Er wollte gerade spucken, die Sau. Lol. Was war denn das? Oh, da hinten ist ein Panzer. Wo ist denn die andere Falle eigentlich? Irgendwo hier. Okay, da oben irgendwie. Das Ding ist, ich muss halt gucken, dass ich nicht irgendwo reinrenne. Wo ich dann eventuell draufgehe, weil ich dann nicht mehr rauskomme. Äh, wo soll die denn sein? Doch da drüben? Tja, aber wie komm ich da rein? Hier kannst du richtig krass Punkte machen, ne? Das ist die Stelle. Das ist die Stelle, wo man richtig viele Punkte machen kann. Weil du so viele Viecher da hast. Wie zum Beispiel diese grünen Kackteile. Die mir richtig, richtig. Oh, guck mal, da ist er. Ah, komm mal, ja, ja. Huf, Alter. Nochmal Muni holen. Ich muss die Falle deaktivieren. Immer noch. Und ich hab sie immer noch nicht gefunden. Da drüben soll sie sein, aber wie soll ich denn da hinkommen? Keine Ahnung. Da muss noch so ein Teil sein. Okay. Wurde jetzt irgendwas aufgesprengt hier? Ich hab nix gesehen. Oh, da ist schon wieder so ein grünes Teil, ey. Ah, Junge, was ist hier los? Moment. Machen wir Granate hin da? Ja, der Panzer verfolgt mich jetzt auf einmal. Ist klar. Ich müsste mal wissen, kann ich den Panzer kaputt machen? Eventuell ja. Ich geh da nochmal aufs Dach kurz. Um zu schauen, ob ich da irgendwas machen kann da drüben. So, jetzt habe ich die Falle deaktiviert. So geht das. So und nicht anders, Leute. Ja? Wir zwingen die in Halbketten. Das ist schon wieder irgendwo... Das ist schon wieder irgendwo ein Sniper. Einer. Einer. Ne, ich seh nur einen. Oh, guck mal da. Ach, genau. Oh, hinter mir. Alter, jetzt schon wieder überall hier die Viecher, ey. Ich geh durch. Was ist da drin? Nehmen wir mal mit. Uiuiui, noch ein grüner. Ich muss ein Medi-Fack anwenden. Leider. Ich schmeiß da mal was... Hier so ein Ding rein. Okay, ich muss diesen Panzer auf jeden Fall noch... Äh... Weckloppen. Die könnten ja hier mal auch was... Oh, was droppen. Was mir helfen würde. So. Hier nochmal so ein Teil. Bringt auch ein bisschen was, ne? So. Dann guck ich mir mal den Panzer an. Aus sicheren Entfernung. Wohlgemerkt. Tja. Ist gar nicht mal so... Ist gar nicht mal so... Trivial, sag ich mal, ne? Oh, da ist ein Medi-Pack. Nice. Give it to me. Give it to me. Okay, Medi-Pack habe ich. Jetzt warte ich überhaupt den Panzer und versuche den mal mit meiner... Mit meiner Sniper irgendwie wegzuholen. Wer kommt da? Uff! Doh noch geschafft. Betreten den Unterschlupf. Nice. Nice, nice. So. Gut. Das war ein relativ spannendes Kapitel, ne? Das wäre sehr... Sehr spannend. Zum Schluss dann doch noch... Oh, fast Gold. Guck mal. 10.000 Punkte haben gefehlt. Hm. Naja, okay. Passt schon. Passt schon. Tief. Das war's. Ja. Was ist mist beding yes aquí? Was ist